Willkommen bei NILT4 mit der Sonos Play 5 Box hier in München. Wir werden es auspacken und gleich mal mit dem Play 3 vergleichen. Zur Verpackung seht ihr mal wieder schön groß. Wir haben ein paar technische Daten dabei bzw. wie man das Gerät anschließt im kabellosen oder verkabeltem Netzwerk. Wir haben schon das Play 3 hier, also ganz zweimal und eine Bridge. Also wir werden das Ganze natürlich kompakt hier so benutzen, wie es Sonos vorgesehen hat. Wir haben ein paar Instruction Guides in vielen Sprachen, schön dick. Und hier haben wir nochmal das Bild, wie kann man die Musik vernetzen bzw. hier haben wir noch eine CD dazu. Das ist nicht sehr spannend. Wir haben uns lieber anschauen, was es für Zuhörer hier eine Verpackung gibt bzw. die Box selber. Und das war es eigentlich auch schon von dem Inhalt. Ihr könnt sehen, schön groß das Gerät. Ich habe hier das Dreier noch nebenan, das könnt ihr derweil vergleichen, während ich hier diese kleine Box auspacke. Hier haben wir nämlich sogar diesmal ein 3,5 zu 3,5 Millimeter Kabel dabei, was ich sehr schön finde. Wieder mal ein Netzwerkkabel, ein Flachbandkabel, also es wird sich nicht verheddern oder so. Und natürlich ein Stromkabel mit schön langem weißem Design. Also in der Box ist auf jeden Fall viel drin. Hier seht ihr das Play 5 ist etwas größer. Wir haben hier allerdings oben schön hier so verbaut das Ganze, dass man es nicht so festhalten kann, sondern dass da schön die Luft auch rauskommt. Und wir haben gleich zwei Netzwerkbuchsen dabei, Kopfhörer und Line-In-Eingang mit dazu und ein Stromanschluss. Im Vergleich dazu, die Play 3 hat nur einen Netzwerkanschluss, Strom und einen Antennenanschluss würde ich sagen. Das war der vergoldete hier. Aber ansonsten von oben her gesehen genau gleich die Geräte, aber die Play 5 ist nicht ganz so tief. Ich hoffe das kann man gut erkennen. Das war es eigentlich auch schon mit dem Unboxing der Play 5. Den Ton werden wir natürlich noch ausführlich bewerten bzw. wie man das Ganze im Netzwerk hier gebrauchen kann. Mein Name ist Baischgal und ich hoffe ihr hattet Spaß bei dem Auspacken des Play 5 Lautsprechers. Bis zum nächsten Mal bei Neville TV. Mein Name ist Baischgal.